Und wo geht es hier weiter? Mal schauen! Keine Almhütte, eine neue, moderne Kapelle. Noch sind die Berge vom Nebel eingehüllt, bald aber erleben wir die Kaiserwände im vollen Sonnenlicht. Aufgrund der vielen Regenfälle ist der Schleierwasserfall heuer besonders schön. Geil! 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 Musik 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 Und da musst du die Erleichterung jetzt gehen. Viele Blumen begleiten uns am weiteren Weg, wie die weiße, bärtige Glockenblume, eine Mutation oder eine besonders schöne Orchidee, der rot-braune Sitter. Gewaltig, der Blick zum Markspitzpfeiler. Wie fast immer bei unseren Wanderungen eine Einkehr mit sünftiger Brotzeit. Hier sind es nur vier, oder? Ich darf die Verliebchen sehen. 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 Ich darf die Verliebchen sehen.